Hi Leute! Heute zeige ich euch mal, wie so ein Tag aus meiner Saftkur aussieht. Ihr habt mir sehr häufig die Frage gestellt, ja Robin, wie läuft sowas ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Welche Säfte trinkst du in welchen Mengen? Und genau deshalb habe ich mich jetzt heute dazu entschlossen, euch einen kleinen Einblick dazu geben, zum kompletten Tag mal zu zeigen, genau exakt die Säfte euch vorzustellen. Und ihr seht dann nachher auch Aufnahmen, wenn ich presse und ich werde euch komplett mal so den gesamten Tag beschreiben. Ich starte auch gleich rein und zwar gehe ich von einem Samstag aus, das heißt kein Tag unter der Woche, wo ich auch mehr arbeite, sondern da ist auch mehr Flexibilität, das ist ein Samstag und war letzten Samstag und ich habe hier so meinen Tag gestartet, dass ich so halb acht aufgewacht bin, dann habe ich erstmal so eine Morgenroutine gemacht, Yoga, Dehnen, Tiefenatmung, ich habe mich bewegt, im Bad war ich und dann war ich eigentlich schon bereit für meinen morgendlichen Arbeitsblock. Ich arbeite auch Samstagvormittag, nicht so lange, ein, zwei Stunden und dann bin ich für den Samstag fertig und das habe ich dann fokussiert gemacht. Genau. Und dann bin ich zusammen mit meinem Vater auf den Markt gefahren, hier in der Umgebung und wir haben alles Mögliche an Gemüsen vor allem und aber auch Obst besorgt für jetzt unsere Ernährung und gerade für meine Saftkur gehe ich immer sehr gerne auf den Markt und es ist so wichtig, wenn wir jetzt einen Entgiftungskur machen, dass wir der Qualität unserer Lebensmittel eine große Bedeutung zusprechen. Es ist nicht so vortehaft, wenn wir jetzt in den Supermarkt gehen und einfach irgendwelche Ware einkaufen, es steht auf dem Einkaufssettel jetzt zum Beispiel Äpfel, Trauben, Gurken und so weiter, aber es wird nicht richtig nach der Qualität geschaut, das ist ein Problem. Und auf die Qualität unserer Lebensmittel wertzulegen ist so entscheidend und deshalb habe ich festgestellt, tut es mir sehr gut und ich merke es auch an der Hand meiner Säfte, dass ich mich viel besser fühle, wenn ich eben die Lebensmittel qualitativ auswähle, wenn ich da zum Markt gehe und auch am besten nur in Bio-Qualität alles einkaufe. Und nicht nur das, sondern man spart auch ordentlich im Portemonnaie, weil auf dem Markt ist alles sehr viel günstiger und ja, es ist einfach, im Laden kannst du niemals solche Rabatte rausholen wie auf dem Markt. Ein Beispiel, ich kriege ein ganzes Kilo voll Grünzeug, also zum Beispiel Romana-Salat, Spinat oder so, kriege ich, wenn ich wirklich gute Rabatte auch raushole für knapp 1,50 Euro, 2 Euro. Wohingegen im Laden kennt man das, so ein Baby-Spinat-Päckchen oder so ein Feld-Salat-Päckchen kostet dann halt auch mal gleich irgendwie 1,50 Euro oder 1,99 Euro. Und das ist natürlich schon sehr, sehr viel. Und deshalb, auf dem Markt bekommen wir qualitativ Besseres und preislich ist es auch für uns angenehmer. Und so lief das ab, also ich genieße es allgemein, Samstagvormittags da über den Markt zu laufen, in der Altstadt bei uns. Und das ist einfach eine super Sache, das so zu verbinden. Es war schönes Wetter und tut allgemein sehr, sehr gut. Und genau, dann sind wir vom Markt zurückgekommen. Ich bin nach Hause und habe dort mein Krafttraining gemacht. Komplett nüchtern habe ich trainiert, habe da eine Oberkörpereinheit gemacht mit Schwerpunkt auf die drückende Muskulatur. Und war alles gut so weit. Also ich habe meinen Saft das letzte Mal getrunken, am Abend vorab. Und es war kein Problem da, nüchtern im intermittierenden Fastenrhythmus mein Training zu machen. Und war dann auch fertig, habe dann entspannt. Ich war sehr stark sogar an diesem Tag, was ich sehr beeindruckend fand. Und habe mich dann danach entspannt, geduscht noch. Wir haben so eine Außendusche. Und dann kommen wir auch gleich schon zu den spannenden Parts und auch den Kerninhalt dieses Videos. Und zwar zu meinen Säften. In der Regel fange ich immer zwischen 12 und 14 Uhr an mit meinen Säften. Das heißt, ich fange nicht gleich morgens an als Frühstück mit den Säften komplett durchweg des Tages zu trinken, bis vor Schlafen gehen. Sondern ich trinke meine Säfte wirklich in einem Fenster. Und das hat gesundheitliche Vorteile, weil der Körper ist nochmal mehr entlastet. Weil er eben ein geringeres, ein kleineres Essensfenster hat. Und somit mehr Phasen durchweg des Tages hat, wo er gar nichts verdauen muss. Nicht mal Säfte, wo er dann noch mehr in die Selbstheilung und in die Giftung stecken kann. Das heißt, zwischen 12 und 14 Uhr starte ich in der Regel. Und an diesem Tag bin ich jetzt sogar sehr spät gestartet. Da hatte ich ja schon Arbeit hinter mir. Ich hatte meine Yoga-Routine hinter mir. Ich hatte meinen Markt hinter mir. Wir waren in der Stadt. Training habe ich hinter mir gehabt. Und die ganzen Einkäufe schleppen, weil wir weit weg gewagt haben. Und dann noch das Letzte jetzt noch wieder zurückfahren zu meinem Vater. Und dann gab es endlich den Saft. Ich presse gerne am Wochenende bei ihm den Saft. Er hat auch einen Green Star Elite, diesen Entsafter, den ich auch habe. Der sehr gut geeignet ist für die ganzen Säfte. Und dann, 14 Uhr war es soweit. Ich habe meinen Fasten gebrochen. Und ich zeige hier gleich mal so ein paar Aufnahmen, wie ich das Ganze presse. Und am liebsten fange ich meine Säfte wirklich an mit Wassermelone. Wassermelone ist immer gleich am Anfang dabei. Einfach auch deshalb, weil ich da eine sehr, sehr schnelle Menge an Saft mir pressen kann. Und es auch sehr, sehr hydrierend ist, gleich am Anfang damit zu starten. Wassermelone und grünes Gemüse ist meistens so meine Anfangskombination. Und insgesamt halte ich meine Säfte sehr einfach. Die Säfte bestehen aus einer Kombination aus süßer Komponente. Das ist die eine Seite. Und die andere Komponente ist die grüne, mineralstoffreiche Komponente. Und ich persönlich habe festgestellt, für mich persönlich und für meine Klienten hat es bisher immer am besten funktioniert. Anstatt jetzt komplett nur reine, süße Säfte zu trinken, wo dann der Zucker etwas zu konzentriert ist, weil eben die Ballaststoffe fehlen und der Zucker dann schnell aufgenommen wird, weil es eben nicht gepuffert ist durch das Grüne. Habe ich festgestellt, es kann eine Belastung für den Körper sein. Vor allem wenn man jetzt eher, also für mich wäre es noch akzeptablerer. Aber für Leute, die jetzt schwerwiegendere gesundheitliche Probleme haben, die sollten auf jeden Fall reine, süße Säfte und vor allem reine Obstsäfte, selbst wenn sie frisch gepresst sind, vermeiden. Und ich habe festgestellt, wenn man eben das Grüne dazu gibt, dann hat man so eine perfekte Balance. Und wenn man jetzt reine grüne Säfte nur trinken würde, dann wäre eben das Problem, dass die Kalorien fehlen. Also da fehlt der Brennstoff für deinen Körper, du würdest dann enorm schnell abmagern. Und das muss nicht sein, bei einer Saftkur willst du wirklich deinen Körper auch gut versorgen. Und da komme ich auch schon zum nächsten Punkt zu sprechen. Und zwar, wie schaffe ich jetzt meinem Körper alles zuzuführen, was er braucht während dieser Saftkur? Ich habe ja schon sehr viel darüber gesprochen, wie wirksam eine Saftkur ist, wie wirksam jetzt ein Entgiftungsprogramm ist. Und möchte da jetzt gar nicht so enorm auf die Vorteile in diesem Video eingehen. Aber das Hauptziel ist natürlich die Entgiftung, das tiefgründige Entgiftung, und eben die Selbstheilung zu aktivieren. Und das ist wirklich das primäre Ziel von so einer Entgiftungskur. Aber trotzdem versuche ich möglichst gut auch noch gleichzeitig meinen Bedarf zu decken. Also auf der einen Seite möchte ich mich möglichst wenig belasten, und trotzdem versuche ich dann, wenn ich die Säfte trinke, möglichst gut diesen Bedarf zu decken. Und dafür erfordert es eben ausreichend Brennstoff, insgesamt Kalorien, und genug Mineralstoffe und insgesamt genug Flüssigkeit, dass alles schön durchgespült wird, damit vor allem der Darm gereinigt wird. Und deshalb trinke ich nicht nur ein Glas und dann vielleicht ein zweites Glas und höre dann auf, wie vielleicht manche das machen während so einem Saftfasten, sondern ich habe festgestellt, es ist sehr wichtig, richtig viel zu trinken und adäquat zu trinken. Dann kriegen wir die besten Ergebnisse. Wenn wir schon nicht in dem Wasserfastenstoffwechsel sind, also wenn wir schon nicht im Fastenstoffwechsel sind, weil das sind wir nicht, wir nehmen Kalorien und Nährstoffe auf, wenn wir jetzt unsere Säfte zu uns nehmen, dann ist es wichtig, wirklich adäquat zuzuführen. Weil sonst, wenn wir eben nicht im Fastenstoffwechsel sind, wo gewisse Wachstumshormone ausgeschüttet werden, die den Muskelabbau puffern, die dann eben dagegen wirken, und wir haben diese Wachstumshormone nicht, weil wir eben noch was zu uns nehmen, und dann sind wir noch im Defizit, also wir trinken zu wenig Saft, wir geben unserem Körper nicht genug, was er braucht, dann ist es so, dass unser Körper enorm an unsere Substanz geht. Weil alle unsere Prozesse laufen auf Glucose, unser Gehirn braucht ständig Glucose, und wenn wir nicht genug eben zuführen, und dann noch eben im normalen Essensstoffwechsel drin sind, und dann so im extremen Defizit, dann geht unser Körper enorm an die Substanz, und wir verlieren enorm an Muskeln. Und das wollen wir nicht, wir wollen zwar Schlacken verlieren, wir wollen Altlasten verlieren, wir wollen Ablagerung und eben auch unnötiges Fett verlieren, aber wir wollen nicht unsere magere Muskelmasse verlieren, weil die schützt uns, die dient uns, und ich, wie ihr ja wisst, betreibe auch leidenschaftlich Kraftsport, und deshalb möchte ich auch nicht meine aufgebauten Ergebnisse jetzt einfach so zerstören. Das muss einfach nicht sein. Das heißt, von den Mengen trinke ich pro Tag in der Regel zwischen 5 bis 6 Liter am Tag, und manchmal kann es auch Richtung 7 Liter gehen, aber ich persönlich habe festgestellt, mit so knapp um die 6 Liter fühle ich mich am besten. Und das hört sich jetzt viel an für andere, und ich kann es total nachvollziehen, dass es sich viel anhört, aber ich habe persönlich herausgefunden, da sind meine Ergebnisse am besten. Ich habe die beste Energie, ich fühle mich insgesamt total ausgeglichen, mein Verdauungstag wird richtig durchgespült, ich habe einen sehr guten Darmreinigungseffekt, und konnte auch in den letzten Saftkuren enorm viel ausscheiden, und dieses Mal habe ich auch wieder enorm viel ausgeschieden, jetzt die letzten Tage, da wird es auch noch ein explizites Video als Fazit dazu geben, was ich dieses Jahr auch ausgeschieden habe, an Schlacken durch diese Saftkur, und es ist einfach so wichtig, meinem Körper genug zuzuführen, wie ich gesagt habe, ich möchte nicht abbauen, ich möchte nicht Muskeln verlieren. Und deshalb, diese Menge eignet sich für mich sehr gut, und das ist wirklich auch wie so eine Art Kur, und wie eine Art Lebensaufgabe da, in dieser Zeit, wenn ich so eine Saftkur mache, also ich muss dann schon das alles besorgen, ich presse mir meine Säfte, und wenn man einmal eine Routine hat, geht es, also man kann das gut integrieren, vor allem wenn man im Homeoffice ist, wichtig ist nur, man braucht eben diesen klaren Plan. Und was auch noch wichtig anzusprechen ist, also wenn ich jetzt meine ganzen Säfte durchwegtes Tages trinke, ist, ich filter sie nochmal, also ich habe diesen Insafter Green Style Light, das ist ein Slow Juicer, es sollte immer sich um einen Slow Juicer handeln, und nicht um einen Zentrifugal-Insafter, weil sonst zu viel verloren geht, die Nährstoffe werden oxidiert, und super wichtig, dass wir eben einen hochwertigen Insafter haben, am besten eben so einen hochwertigen Slow Juicer, wie den Green Star, oder auch den Angel Juicer. Und trotzdem tue ich, obwohl der Saft schon recht dünn ist, tue ich sie trotzdem nochmal durch ein Sieb lassen, weil es soll wirklich, der Saft soll komplett gefiltert sein, und alle Phasen sollen draußen sein, dass du wirklich nur Flüssigkeit zu dir nimmst, damit eben noch bessere Ergebnisse zustande kommen. Und das Krasse ist, dass obwohl man keine feste Nahrung zu sich nimmt, man nimmt wirklich nur Flüssigkeit, es ist so dünn wie Wasser, zu sich, und hat dann trotzdem noch tagelang, wenn nicht sogar bei manchen Leuten, die sehr viele Probleme in ihrem Darm haben, geht es über Wochen lang, dass man noch Stuhlgang hat, weil tagtäglich was gelöst wird, hydriert wird, es saugt sich auf, und dann wird es ausgeschieden. Und das ist wirklich Wahnsinn, was manche Leute in ihrem Verdauungstrakt eingelagert haben. Und diese Saftkur ist meiner Meinung nach das beste Mittel, um diese Abfallstoffe nach draußen zu befördern. Und ich persönlich habe das auch bei mir enorm festgestellt, was sich da alles an Schlacken lösen kann. Bei meinen Klienten habe ich gesehen, es ist unglaublich krass, was man ausscheiden kann. Also es kann sein wie Autoreifen, es ist wirklich so ein zähfester, gummiartiger Belag, der sich an den Darmwänden abgesetzt hat, und der dann langsam aufgeschwemmt wird, hydriert wird, und dann nach draußen gelangt. Das heißt, ich filter meine Säfte noch mal durch ein kleines Sieb, und dadurch sind sie noch mal klarer, sie sind noch mal hydrierender, und meine Saftkur hat dadurch eine bessere Wirkung. Und das würde ich jedem empfehlen, weil gerade wenn man auch nicht so hochwertigen Safte hat, also da ist es noch umso wichtiger, die noch mal zusätzlich zu filtern, weil sonst sind echt noch einige Rückstände, einige Fasern noch mit dabei. Und jetzt kommen wir zu den Lebensmitteln. Was habe ich so integriert? Ich habe ja schon die Kombination angesprochen, die sich für mich eignet, und insgesamt als süße Komponente habe ich jetzt diese Saftkuh integriert. Wassermelone, Karotten und Trauben. Mehr eigentlich nicht als süße Komponente. Äpfel habe ich mir jetzt mal besorgt, die habe ich jetzt aber noch nicht gesaftet. Und die grüne Komponente sind dann vor allem Dinge wie Sellerie. Salate, alle möglichen Sorten. Radiccio, Endivian Salat, Gurke und Bok Choy. Und da gibt es viele weitere grüne Gemüse. Spinat zum Beispiel auch. Habe ich auch häufiger integriert. Und was ich dann auch noch manchmal dazu nehme, um den Geschmack zusätzlich aufzupäppeln, sind so Sachen wie Zitrone zum Beispiel mit Traube. Ist sehr, sehr lecker. Zitrone, Traube, wie so Limonade schmeckt es. Und Ingwer ist sehr gut zu manchen Säften. Basilikum ist gut. Und manchmal auch Knoblauch. Aber das habe ich jetzt eher früher verwendet. Jetzt verwende ich es irgendwie nicht so, weil es mir zu reizend ist. Das ist irgendwie so scharf. Das mag ich irgendwie ja nicht mehr so. Und dann kommen wir noch zum Kalorien. Also wie sieht das so aus? Was kann man sich darunter vorstellen? Und insgesamt kann ich schon mal sagen, dass man auf jeden Fall weniger Kalorien braucht bei so einer Saftkuh als jetzt als jetzt bei so einem normalen Ernährungsprotokoll. Grund dafür ist einfach, dass wesentlich mehr Verdauungsenergie gespart wird und wir insgesamt viel weniger aufnehmen. Unser Körper ist effizienter, unser Darm funktioniert besser bei einer Saftkur und für mich reichen dann deutlich weniger Kalorien. Ich komme mit 2000 bis 2400 sehr, sehr gut zurecht. Obwohl ich Krafttraining mache, obwohl ich intermittierendes Fasten mache und ihr habt ja gesehen, was alles möglich ist. auch nüchtern intensives Krafttraining und das trotz dieser Saftkur, wo man ja meinen würde, es würde hier ein etwas mangeln. Und vom Eiweiß bin ich auch deutlich niedriger als sonst. Es pendelt sich so ein bei 50 bis 60 Gramm pro Tag und ich habe festgestellt, diese Menge brauche ich wirklich. Also wenn ich da drunter gehe, das würde sich nicht gut anfühlen und deshalb halte ich immer diese Menge ein und das ist auch total einfach. in grünen Gemüsen ist es ein Halten. Jedes Lebensmittel enthält Eiweiß, Gurke sogar, Trauben, Wassermelone hat sehr viel Eiweiß, wenn man da gute Mengen macht und man kommt dann immer so auf seine 50, 60 Gramm und was ich eben auch nehme, um da eben noch ein bisschen das zu erhöhen, ist ein Esslöffel Spirulina. Gemixt in meinen Säften und das shake ich schön und das trinke ich dann eben auch noch. Weitere Supplemente, die ihr jetzt hier leider nicht gesehen habt, aber die ich auch ab und zu nehme, sind gewisse Spurenelemente, Mineralstoffe, vor allem Zink, Selen und Jod. Diese drei haben sich für mich als sehr kraftvoll gezeigt und sehr unterstützend für diese Saftkur, weil gerade diese drei Spurenelemente sind vermehrt enthalten in so dichteren Lebensmitteln wie zum Beispiel Nüsse, Samen, Hülsenfrüchten oder auch jetzt tierischen Produkten und diese konsumiert man natürlich nicht während einer Saftkur und demzufolge kann man da noch ein bisschen mehr nachhelfen, vor allem wenn man weiß, dass eben Deutschland das Mangelland ist an Selen und Jod, dass unsere Böden das nicht mehr so drin haben, da ist es nicht schlecht, wenn man da noch ein bisschen nachhilft und nicht nur das, dass ich das weiß aus wissenschaftlicher Hinsicht, sondern ich habe es selbst erfahren, ich habe selbst festgestellt, dass es für mich bisher gut anfühlt, wenn ich das da noch so dazu kombiniere. Und ich möchte euch echt diese Einfachheit mitgeben. Es kann wirklich so einfach sein bei einer Saftkur, diese einfach, man darf so viel Saft trinken, wie man möchte und deswegen kann ich auch jeden dazu ermutigen, es gibt hier keine Einschränkung, du darfst so viel Obst, Gemüsesäfte trinken, wie du willst, besser ist es, mehr Gemüsesäfte zu trinken als Obstsäfte, aber es ist echt eine sehr einfache Sache, man presst sich diese Säfte, man darf so häufig trinken, wie man möchte. Wichtige Grundregel ist nur, das nicht runter zu kippen, sondern wirklich Schluck für Schluck langsam gut einspeicheln und wirklich bewusst es zu trinken. Das ist sehr, sehr wichtig, aber insgesamt musst du dich nicht in der Menge einschränken. Bei meinen Obst, Gemüsen wechsle ich auch immer gerne ab, je nach Saison, also ich schaue auf den Markt, was da gerade gut geeignet ist, was eine gute Qualität hat und das kaufe ich entsprechend und entsafte ich. Was ich vielleicht auch noch ansprechen kann, ist, dass ich nach allen meinen Saftdurchgängen immer kurz den Mund ausspüle. Das ist so wichtig, weil, wenn wir da eben diese Säfte drin haben in unserem Mund und vor allem die süßen Säfte, wenn dann auch noch Säure dabei ist, dann setze ich das so ein bisschen ab und kann dann auch für Zahnprobleme sorgen, wenn man da nicht mal den Mund immer mal wieder durchspült. Das ist so wichtig, habe ich festgestellt, damit man eben kein Karies bildet, damit da keine Probleme sind im Mundbereich, sollte man immer regelmäßig den Mund durchspülen und auch mindestens einmal am Tag die Zähne putzen. Wichtig ist nur, nicht nach einem säurereichen Trink, weil sonst der Zahnschmerz runtergerubbelt wird, sondern immer etwas warten nach säurereichen mindestens säurereichen Getränken, mindestens so, würde ich sagen, eine halbe Stunde bis Stunde. Sehr wichtig, gute Zahnhygiene während der Saftkur, da könnte ich auch mal ein separates Video zu machen, aber hier sind schon mal, das war jetzt schon mal das Wichtigste mit der Mundspülung und dem gründlich Putzen mindestens einmal am Tag. Ja, das war es heute soweit wieder von meiner Seite zum Einblick meiner Entsaftungskur. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen, ich hoffe, du konntest daraus dir neue Erkenntnisse mitnehmen und ich hoffe, ich konnte dich auch motivieren, sowas auch mal für dich anzugehen, so eine Saftkur, so ein Entgiftungsprogramm und wenn du da noch irgendwelche offenen Fragen hast zu diesem Thema, darfst du sie natürlich gerne hier drunter in die Kommentare schreiben. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du keine neuen Videos mehr verpasst, das würde mich auch unterstützen, noch mehr Menschen zu erreichen und diese Botschaft nach draußen zu bringen, weil ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir alle darüber Bescheid wissen, wie wir unseren Körper in optimal gesundheitlicher Verfassung halten. Wenn du dich ja auch gerne noch weiter entfalten möchtest auf diesem Gebiet, also wenn du für dich so einen klaren Plan möchtest, wie du so eine Entgiftungskur durchziehst und du da auch noch nicht so genau weißt, wie du das angehst, also wenn dir da noch so die Struktur fehlt und du auch noch Fragen nähere hast zum Thema Entgiftung, dann darfst du gerne auf mich zukommen, du kannst mich kontaktieren über den Facebook Messenger und gerne kann ich dir dann auch ein paar Empfehlungen mitgeben, ein paar Inputs und ich biete auch da gerade noch kostenlose Mehrwertgespräche an. Wenn das für dich interessant klingt, melde dich einfach bei mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer du bist und bis bald.